Wahrheitssucher, hör zu. Ich spreche zu dir nur aus einem Grund. Ich bin ein erwachter Krieger des Lichts. Einer, der schon lange gefunden hat, was du gerade suchst. Und dieses Video ist nur für dich bestimmt. Es spielt keine Rolle, woher du kommst. Es spielt keine Rolle, welche Ausbildung du hast. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst und welche Stellung du hast. Das Einzige, was für mich zählt, ist, dass du wach bist, während Millionen von Menschen hypnotisiert schlafen. Hast du dich schon gefragt, warum gerade du wach bist und was dich von den anderen unterscheidet? Ich weiß ganz genau, warum du wach bist und die anderen noch schlafen. Du bist anders. Man könnte auch sagen, du bist den anderen irgendwie überlegen. Nicht unbedingt durch deine Stellung oder dein Ansehen. Nein, du bist bewusster als viele der anderen Menschen. Du durchschaust die Lügen, den Verrat und die Manipulation. Ich kann dir vieles über dich erzählen. Du hast den unbändigen Drang nach Freiheit. Du hast den unbändigen Drang nach Gerechtigkeit. Du stehst für andere ein und zeigst Missstände auf, obwohl du dafür Schwierigkeiten bekommst. Die hohen Ideale in dir drängen, dich Taten zu vollbringen, die dir scheinbar keinen persönlichen Vorteil verschaffen. Und genau das qualifiziert dich. Genau du bist der oder diejenige, die ich suche. Du hast schon bemerkt, es ist Krieg auf dieser Erde. Du weißt, welchen Krieg ich meine. Den Krieg Böse gegen Gut. Den Krieg Egoismus gegen Liebe. Den Krieg der zerstörerischen Ego-Kräfte gegen das Gute und Gerechte. Du sitzt zu Hause und ziehst dir alles Mögliche rein, um einen Ausweg zu finden. Ich weiß, dass du das schon seit Jahren machst. Du bist schon seit Jahren auf der Suche nach der Lösung. Du suchst den Ausweg, den Weg aus der Dunkelheit ins Licht. Du möchtest das System verändern und die Armee der zombifizierten Massen befreien. Du bist ein Infokrieger geworden. Du schweigst nicht mehr. Du stellst dich Behörden und deinen Mitmenschen. Du bist in den Widerstand gegangen. Du kämpfst für das Gute. Doch irgendwie erkennst du langsam, dass der Kampf nicht auf dieser Ebene gewonnen werden kann. Du erkennst langsam, dass das System sich auf alles vorbereitet hat. Du erkennst langsam, dass der Widerstand, den du aufbaust, deine Kräfte erschöpft. Das System will, dass du wütend wirst und Dummheiten begehst, damit sie dich knechten und sprichwörtlich hinrichten können. Es wirkt aussichtslos. Die Massen erwachen nicht. Sie sind paralysiert vor Angst und Schrecken. Und genau da komme ich ins Spiel. Meine Aufgabe ist es, dir zu zeigen, wie und wo du das System treffen kannst, dass es richtig wehtut. Ich kenne den Weg. Ich kenne ihn schon lange. Ich habe so viel Freiheit in meinem Leben. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich bin ein Krieger. Ein Krieger des Lichts. Ein Heart Warrior. Ich habe meine Rüstung Gottes aktiviert. Mein Schwert ist mein scharfer Verstand. Mein Schild ist mein unbändiger Glauben, das Gute und Richtige. Und meine Mission ist, dir zu zeigen, wie du das System dort bekämpfen kannst, wo es keinen Einfluss hat, wo es dich nicht erreichen kann. Ich werde dir zeigen, wie du deine Rüstung Gottes aktivieren kannst und wie du in deine Kraft kommst, wie du deinen Frieden finden kannst und wie du diese, deine Kräfte, entfesselst zum Wohle der gesamten Welt. In Berlin wird es geschehen. Dort werde ich dir die geheimen Tore öffnen und dich in die Kunst und geheime Wissenschaft der Herzensmagie einführen. Ich werde dir zeigen, wie du dein Leben von innen heraus verändern kannst. Du willst das System verändern? Dann führt kein Weg herum. Du musst dich verändern. Raus aus der Angst, rein ins Vertrauen. Wechsel deine Frequenz und dein Leben ändert sich ganz von alleine. Ich lebe hier in Österreich, weit ab von den großen Städten, dem Chaos, hoch oben auf einem Berg, mitten im Wald, verbunden und eingebettet in die Schöpfung. Eigene Quelle, gutes Essen, klare Sicht. Ich sehe, woran es mangelt. Ich fühle den gleichen Schmerz. Ich bin mit acht Jahren erwacht und nun seit mehr als 28 Jahren auf meinem Weg. Ich habe alle wichtigen Fragen für mich geklärt und deshalb weiß ich, wer ich bin und was zu tun ist. Ich habe eine klare Vision und eine klare Aufgabe. Ich komme nach Berlin, um diesen Prozess des Wandels zu unterstützen und biete dir, Bruder und Schwester, meine Hilfe an. Ich werde im buddhistischen Zentrum zwölf Menschen eine Einschulung in ihre Gotteskraft und eine energetische Erweckung geben, dein Potenzial, Gutes zu tun, um ein Vielfaches erweitern. Dort werde ich mit dir einen Samen setzen, der unzerstörbar und unaufhaltsam seine Wurzeln ins System schlagen wird. Wir werden es von innen heraus transformieren. Ich führe dich ein in die Arbeit mit deinen Energiekörpern und Chakren. Ich zeige dir, wie du dich und andere in dein Heilfeld tauchst, wie du Energieblockaden wahrnehmen und entfernen kannst und wie du Fremdenergien und Systemprogrammierungen wieder los wirst. Ich zeige dir auch Schutztechniken für die harten Zeiten im Leben. Du lernst, Menschen abzuscannen und ihre Blockaden zu finden. Ich zeige dir, wie du einen Blockadenplan erstellen kannst, der es dir ermöglicht, systematisch deine Themen zu bearbeiten. Und du bekommst die Werkzeuge in die Hand, um die Blockaden auch zu lösen. Wenn du noch keine Vorkenntnisse hast, wirst du dich fühlen wie Alice im Wunderland. Du bist wach und das bedeutet, du bist aus einem besonderen Holz geschnitzt. Und ich weiß, wer und was du bist und ich kenne die nächsten Schritte. Wenn du deine Kräfte als Krieger des Lichts voll entfalten willst, dann komm und sei dabei. Es gibt nämlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du Teil des Problems oder du bist Teil der Lösung. Wir sehen uns in Berlin 24. bis 25. Oktober. Die Lichtzeit wird uns nicht geschenkt. Love is the answer and freedom is the way. Die Lichtzeit wird uns nicht geschenkt. Vielen Dank.